Servus Leute, es ist jetzt lange Zeit, sogar über einen Monat, kein einziges Video gekommen. Kein kreativer Output von mir und das soll sich jetzt ändern. Denn ich werde ab Montag wieder mit meinem Video starten, aber richtig los geht es erst im Juli. Da wird es sicher mega nice, aber das bleibt, ups, bleibt einmal mein Geheimnis, was ich da alles mache. Auf jeden Fall, es kommen wieder Videos, wahrscheinlich schon am Montag, jetzt geht es wieder regelmäßig los. Jetzt habe ich lange genug Pause gemacht und ich werde nicht kreativer von nichts machen. Also ist es wieder Zeit zu strahlen. Na gut Leute, dann bis Montag und Servus, Peace Out.